So, Hallöchen, willkommen zurück bei Pokémon Leuchtende Perle. Willkommen bei den letzten Meter auf dem Weg zum Champ. Wir sind hier auf dem Weg zu den Top 4, auf dem Weg zur Pokémon-Liga auf der Siegesstraße und bringen damit die letzten Meter hinter uns, bevor wir uns dann den Top 4 stellen müssen. Ich bin gespannt und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie wir uns schlagen werden. I don't know. Wird spannend. So, ich mach mal, ups. Ich mach mal das Licht an. Wir gehen mal direkt rein, oder? Wir waren letztes Mal im Pokémon Center, haben uns ein bisschen aufge-frasht zur Siegesstraße. Ich denke, wir lassen uns hier jetzt nochmal einige starke Trainer erwarten werden. Gruseliger Soundtrack. Sieht sehr komplex aus auf den ersten Blick. Ich kann in die Zukunft sehen und ich sehe, dass ich verlieren werde. Sehr Markus, forderte ich ja aus. Ja, also ich freu mich. Ich bin gespannt. Das sind jetzt so zumindest, ich sag mal von der Story her, die endet ja meistens damit, dass man eben die Top 4 besiegt. Im Idealfall. Ähm, sind wir auf den letzten Metern. Und ich bin bis jetzt begeistert. Äh, ja. Schön. Sehr effektiv. Simsala. Ah, das ist die dritte Entwicklung. Die Weiterentwicklung von Kadabra. Wie gesagt, die müssen wir uns dann einmal durch das Zusenden von Kadabra machen. Ich nenne es mal machen. Okay. So. Gengar. Sehr interessante Pokémon im Nachhinein. Ist natürlich auch aufgrund seiner, äh, SEA-Klassifizierung eher einer, der mit Geister-Pokémons unterwegs ist. Aber, sehr cool ist, dass wir mit, äh, Aeroas tatsächlich sehr viel Schaden machen. Gegen Geister-Pokémon. Staraptor 60 und, ähm, Palkia 51. Sehr schön. Ich werde dir nun deine Zukunft enthöhlen. Also spitz mal schön die Lauscher. In der Pokémon-Liga erwarten dich die Top 4. Was wusstest du ja bereits? Danke. Äh, Folterknecht. Okay. Wirklich so nett. Ich weiß nicht, dass wir hierfür Pokémon haben. Gero. Das habe ich auch erwartet, oder? Ganz ehrlich. Boing, boing. Okay. Okay, erstmal untenrum. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Okay. Äh, Vogelprofi Galina fordert dich heraus. Galina. Mit einem Lock-Two, okay. Los, der Raptor. Boing, boing. Boing, boing. Äh, Eeroas. Tschau. Äh, Noctur und Hut-Hut haben wir übrigens auch beide noch nicht, ne? Sama 61. Staraptor. Oh mein Gott. Staraptor gegen Staraptor. Wir haben nur einen kleinen Level-Vorteil an der Stelle. Tschau. 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 Unser Staraptor ist besser. Hihi. Gemein, oder? Schön. Lukario 45 und Plünfer 58. Kalina wurde besiegt. Äh. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wegen Schweben, versteht ihr? Die Schwingen der Freiheit. Nach meinem Sieg in der Pokémon-Liga werde ich sie finden. Äh, apropos Schwingen der Freiheit. Wie sieht denn eigentlich aus? Wir haben einfach bei Staraptor gar kein Item. Wie dumm ist das denn? Haben wir irgendwas, das Flugattacken verstärkt oder so? Wegen Aeroas. Stahl. 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 Macht Pokémon so? Ne. Verlängert die Dauer von Lichtschild. Boden. Schlau-Brille. Das Richtige für Plünfer. Großwurzeln. Kampf. Psycho. 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 Geist. Gift. Pflanze. 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 Gumpel. Geist. Nö, haben wir nicht. Okay. Ups. Ach, sag bloß, äh, ups. Sag bloß, Ponita hatte unseren, äh, Dings da. Unser Münster-Amulett. Dann würde ich die Box noch mal sortieren, oder? Ist auch schon länger, ja. Ja, Lopper meine ich natürlich. Ja, tatsächlich. Ja, du findest einen Hyperheiler. Sehr schön, heilt alle Statuseffekte. Da kommen wir auch nur zurück, okay. Äh, ja, es ist, okay. Bisschen Zeit zum Orientieren, aber ich glaube, das machen wir ganz gut gerade. Ich glaube, das bekommen wir hin. Und ich muss auch wieder Subnails machen. Ich gebe das schon wieder vor mir hin, ey. Oh. Ciao. Zeig mir, wie du dich bis hierher durchgekämpft hast. Los geht's. Na ja, durchgekämpft, also weit sind wir jetzt noch nicht gekommen, oder? Brunhilde. Brunhilde. Frisch aus, äh, aus der Nibelungen-Saga. Mit Entoron. Haben wir wieder perfekte Wahl getroffen. Mit Galopper. Ja, Feuer hat halt dieses große Problem. Na gut, das passt da ja letztlich mit Blitz auch, aber. Entoron. Tschau. Buing, buing. Hi, Taira. Das ist ziemlich verstörend. Oh. Was ist mit Biss? Na okay. Jetzt muss ich ein bisschen rantasten, aber schön, dass Blitz da gar keinen Schaden macht. Lux 63. Nice. Bohnhilde wurde besiegt. So hast du also gekämpft. Ja, genau so. Wenn du die Siegestraße erfolgreich meisterst, liegt die Pokémon-Liga direkt vor dir. Allerdings bleiben viele Tränen auf der Strecke. Storlos. Oh. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Um. Okay, das ist eine merkwürdige Hülle gerade. Ja, generell ist das hier jetzt eher so Labyrinthartig. Also müssen wir uns leider daran gewöhnen, dass wir uns hier wahrscheinlich ein bisschen verlaufen werden. Beziehungsweise, dass das alles vom Erkunden ein bisschen anstrengend wird. Ein Blick auf dich genügt mir, um zu wissen, dass du es echt drauf hast. Hast Trainer Erich. Galobber. Galobber gegen Galobber. Schön. Sehr schön. Ciao Galobber. 54. Das Venufliebes. Achso. Na gut, da haben wir jetzt natürlich mit Feuer die perfekte Wahl. Flammerat sollte das eigentlich erledigen. Jo. Haben wir auch noch nicht gefangen. Also es fehlen auch einige Pokémon. Das wird sehr spannend, wenn wir die sammeln. Freue ich mich schon drauf. Äh, Rameidon hatten wir auch schon mal, ne? Ne, hatten wir noch nicht. Oh Gottes Willen, was ist das denn? So, mal eine Feuerattacke. Ich hab keine Ahnung. Na, nicht so wirklich. Gibt Schwerter sahen cool aus. Äh. Ich dampfe. Inferno. Okay. Das hat sich damit erledigt. Ich müsste mal ganz kurz gleich einen Upload anstellen, glaube ich tatsächlich. Äh, wir nehmen mal... So, Locario mal probieren. Come on, das schaffst du, Locario. Nice. Nice. Cool. Ähm. Genau. Ich bin sofort wieder für euch da. Was passiert hier? So. Cool. Hat Locario auch mal gekämpft. Der erste Eindruck drückt halt nicht. Du bist so stark wie erwartet. Dankeschön. Kann ich hier schon mal 32 und 33 hochladen? Also wir machen Fortschritte. Ich muss die Subnails nochmal machen. Morgen oder so. Zack. Eines Tages wird man mir meine Stärke ebenfalls an der Nasenspitze ansehen können. Sicherlich. Ist das eine Fahrradrampe? Sagt gerade kurz aus wie eine Fahrradrampe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So. Golbat haben wir schon. Ciao. Wir müssen gleich mal Galoppa wiederbeleben. Das war jetzt mehr geraten als gewusst. Meditalis. Boing, boing. Ciao. Ein Goldbart erscheint. Boing, boing. Ich würde hier an der Stelle mal einfach einen Schutz einsetzen, wenn das okay ist. Nur damit wir hier jetzt einmal ungestört da drüber fahren können. What the? Hey, wie, wie, was? Ah, okay. Auf die Gangschaltung kommt das an. Schon verstanden? Wie cool gemacht, oder? Die Mechanik. Aber ich würde dann doch lieber zu Fuß gehen, weil sonst laufen wir mehr gegen Wände, als dass wir uns sinnvoll vorwärts bewegen. Okay. Runter. Zerstören. Und weg damit. Heilen. Beleber. Ja, Locario, bald ist es soweit. Wir können ihn bald wirklich einsetzen. Wir nehmen mal Plünfer, oder? Wir haben Plünfer lang nicht mehr genommen. Diese Fremde wird meine Prüfung sein. So werde ich sehen, ob ich das Zeug dazu habe, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Hast du nicht. Ähm, Hannah. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber... Nein. Ähm, Pixie. Okay. Plünfer. Boing, boing. Äh... Boast-Nabel. Das war nicht so geil. Okay. Plünfer ist so klein, ne? Blubstrahl? Oh, okay. Blöd verbraucht halt mal ein paar andere Attacken, glaube ich, ne? Die, er nimmt die, äh, Siegesstelle. Tschau! Oh! Shell Terra, das ist ja die finale Entwicklung von einem Starter. Äh, nehmen wir mal Galoppa, denn da sollten wir... Voll süß, das ist so ne laufende Insel. Wie in World of Warcraft, da leben ja die, ähm, guten Pandaren auch auf einer Insel. Und so auf einer Schildkröte schwimmen. Flammerat. Ja. Ist natürlich gemein, jetzt gegen Pflanze Feuer einzusetzen, aber... So macht man was. Schön! Ciao! Geil, Staraptor 61, Plünfer 59, sehr schön. Hannah wurde besiegt. Äh, äh, dieser Kampf hat gezeigt, dass du zu den stärksten Trainern überhaupt gehörst. Danke, danke. Im Moment sieht es jedenfalls noch nicht so aus, als könnte ich es mit den Top 4 aufnehmen. Äh, ich wollte es dir ja nicht sagen. Ähm, Folterknecht. Er zürnt das Ziel, um wiederholten Einsatz der selben Attacke zu verhindern. Anwärter zeugt starken Regen. Regeltanz, okay. Perle, eine relativ kleine Perle, die in schönem Silber funkelt. Sie ist von geringem Wert. Aber von hohem Wert für uns ist gerade, äh, der Supertrank, denn damit können wir mal eben Plünfer heilen. Und Galoppa auch. So. Sieht aus wie der Vater von Niji aus Naruto, ne? Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Kannste haben, wenn du willst. Veteran Henning. Starrapedor. Plünfer. Okay. Ah ja, mir geht es immer gut, wenn ich Plünfer sehe. Tut mir leid, aber Plünfer ist, äh, alles Gute in einer Person gebündelt. Gluckstrahl. Ja, Iroas ist echt mad, ne? Okay. 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 Also Plünfer ist, ähm, nicht ganz so gut tatsächlich, muss man sagen. Also wenn man... Ist okay, ich will dich nicht besperren, aber man fühlt sich ein bisschen unsicherer, in Anführungszeichen, als mit zum Beispiel Starrapedor oder... Ach du Scheiße. Die Poteros. Die roten Augen sind zutiefst, ähm, besorgniserregend. Erdbeben. Alter. Okay, jetzt hauen die aber, also... Ei, ei, ei. Au. Okay. Das war aber gut. Also Psychokinese ist halt wirklich... Top. Locario, 47. Oh, okay. Bedran Henning wurde besiegt. Brillant. Ein Wort und alles ist getan und gesagt. Ich stelle lieber junge Trainer auf die Probe, als auf der Siegesstraße herum zu rennen. Okay. Das ist ein Statement. Äh? Voll die Orientierung verloren gerade. Um... 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 Lünfer kann auch Aeroas lernen. Das ist eigentlich ganz geil. Ich bin überrascht. Lark. Blubstrahl war zwar echt süß, aber wir haben echt das Problem, dass Blünfer mit ihren Attacken halt echt keinen Schaden macht. Ganz blöd gesagt. Jetzt ist alles besser. Mein Pokémon kann Karate. Ich warne dich, es ist wirklich stark. Wisst ihr, was ich hier liegen habe? Pokémon Archeos! Entschuldigung. Ich meine natürlich... Pokémon Archeos! Entschuldigung. Wing, wing. Iiiiih. Mach schon mal. Iiiih. Was machen die beiden Arme da oben? Schnell weg damit. Ähm. Aeroas. Ah, Blübfer! Wow. Ich fühl mich angeprollt. Nicht angeprotzt, sondern angeprollt. Okay, ähm... Blünfer. Eigentlich sollst du doch jetzt mit Aeroas hier reinhauen, oder? Perfekt. Blünfer. Okay. Johannes wurde besiegt. Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. So kann man es auch sagen. Onlinekurse in Karate. Sie sind das Geheimnis meines Erfolgs. Onlinekurse. Okay. Ne, das gefällt mir aber nicht. Ich glaube, wir kommen da jetzt schon weiter, oder? Wir sind ja in dem Raum noch lange nicht fertig hier. Sorry, da muss ich gerade noch mal gucken. Ich habe ja keinen anderen Weg nach oben, oder? Du hättest einen Topplex hier. Ach, das ist ein Sinn, dass ich da oben nicht rauskomme. Eigentlich doch nicht, oder? Aber bin ich ja nicht. Das hätte ich ja gesehen. Ich habe ja gesehen. Da kann man sich den ganzen Weg hier verbauen, ha? Ähm, ja. Ich glaube, wir waren da doch richtig. Ich sehe jetzt zumindest keinen Alternativweg, wie wir vorwärts kommen könnten. Genau, so war das. So. Wir können ja so machen. Ist eigentlich auch egal. Jetzt habe ich immer keine Alternative, ne? Ne. Ne. Hm. Wir haben hier jetzt Wasserbecken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann die Vergangenheit... Ach so. Ich kann die Vergangenheit sehen. Ähm. Seherin Verena. Klingbrenn. Okay. Winkwink. Äh. 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 Ich hasse diese Ner... Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass der Blumfer wäre verwirrt. Ciao, Klingblimb. Äh. 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 Ist mindestens genauso süß. Äh. Wie es so kurz wegspringt. Sieht so sweet aus. Okay. Aeroas Plünn war super gemacht Ok Ja, also das ist nicht ganz so sicher mit Plünn war, aber sie ist auch stark Sie macht das super, Plünn war Level 60, sehr schön Verena wurde besiegt In deiner Vergangenheit gibt es so viel zu sehen Das glaube ich Du bist tatsächlich einem legendären Pokémon begegnet Ich weiß es nicht Nicht nur einem Wobei doch nur einem, oder? Ja, Masala, come on Keine Ahnung, wohin müssen Das ist alles ein bisschen random hier Du findest hier im 59 Drachenpuls Ich finde es eine Perle Es sind schon wieder viel zu viele Wege Wir sind in Wasch-Echtes-Gespann von Ast-Trainern Also zieh dich warm an Beide jetzt, oder kämpft nur einer gegen uns? Okay, schon beide Olga und Sam Oder Sam Wenn der Frodo gemeinsam Wenn der mit Frodo in Mordor war Bwing 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 Naja Okay, also wir machen mal Psychokinese auf Meditalis Und Donnershock auf Garados Und Donnershock auf Garados Und Donnershock auf Garados Und Donnershock auf Garados Ciao Hat sich ausmeditiert Okay Okay Ja, das war's auch schon Sala Subi Hast du ganz toll gemacht Ciao Garados Und damit haben wir O Du besiegst Du, Olga Und Sam Oder Sam Oder Samuel Oder woher das steht Oh nein Eine bessere Hälfte Die Kombination aus dir und deinen Pokémon Ergibt ein nahezu unschlagbares Team Dein Kamstie ist einfach fantastisch Du solltest schnellstmöglich die Top 4 herausfordern Würde ich ja gerne Wenn die Höhle hier denn zu riesig wäre Ist das jetzt der Weg weiter Ich hab Ah ne Ah, hier sind wir Sonderbonbon Okay Gut, dann war es schon mal richtig Dass wir hier zuerst lang gegangen sind Sehr schön So, dann müssen wir noch einmal nach oben gehen Wenn's denn dann geht Die Siegesstraße sieht ganz so aus Als wäre ich am Ziel meiner Reise angelangt Doch erst muss ich dich noch aus dem Weg räumen Aus dem Weg räumen? Übertreib mal nicht Kramchef Ich find das so, ich find ihn so cool Mit seinem verdammten Mafia-Hut Okay Äh, wirkungslos Ich habe Lust auf Pokémonakios Angeberei Hey Sehr schön Jetzt darf Luchstra sich natürlich nur nicht selbst verletzen Das wäre ein bisschen ärgerlich Na Gott sei Dank Ciao Bwing Bwing Hast super gemacht, Luchstra Noch besser wär's gewesen Wenn ich vorher nicht selbst verletzt hätte Nikolas wurde besiegt So hatte ich mir das Ende meiner Reise aber nicht vorgestellt Tja Wenn du niemals aufgibst Kannst du deine Ziele erreichen Ein gutes Durchhaltevermögen Empfinde ich als essentiell für jeden Trainer Stimm ich dir zu Äh Supertrank Kaskade Ich möchte ein starkes Pokémon noch mächtiger machen Dafür brauche ich deine Hilfe Wer ist denn das? Sieht sehr komisch aus von unten Oh Drachenprofi Edmund Knarksel Okay, sieht ganz cool aus Haben wir auch noch nie gesehen Bwing Bwing Sorry Ich wollte doch nur Ich hatte nicht die geringste Chance Das stimmt sogar Das ist in der Tat mal ein passender Text Wie soll ich ihm nun die mächtigsten Drachenattacken beibringen? Wie nur? Gute Frage Das ist aber nicht mein Schuh Ciao Achso Ne, zurück will ich nicht Du findest einen Riesenpilz Jöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist sehr nett, dass du so sagst Veteran Albin fordert dich Oh, ich kenne einen Albin Furchtbar Das wäre natürlich super Der Doxa Lang nicht gesehen Ciao Wir nehmen mal gleich keinen Schutz, oder? Mal gucken, ob wir hier noch ein paar Pokémon haben Nicht, dass wir gleich doch schon durch sind Geowatz Was heißt denn gleich? Wir sind jetzt schon seit 40 Minuten hier unter Ah, das ist die Weiterwicklung von Georock Die hat mir nämlich noch gefehlt Interessant Alter Wow Das war tatsächlich knapp Lucario 48 Sehr schön Sternenhieb Oh, geil Wobei Metallklau auch cool war, ne? Na gut Empoleon Nehmen wir mal Lux Nehmen wir mal Lux Plüffer ist leider millionenmal cooler, oder? Ganz ehrlich Die zweite Entwicklung ist okay Aber Empoleon mag ich echt nicht Aber Empoleon mag ich echt nicht Okay Ähm, aber interessant, dass wir trotz Donnerschock und sehr effektiv gegen ein Wasser Pokémon gefühlt dann doch nur so wenig Schaden machen, ne? Das ist wahrscheinlich wegen Level 48 Wobei Na gut Sauber Lux Super gemacht Luxi Ciao Okay Das war's mit Albin Das hat mir die Augen geöffnet Gerade weil wir nicht ewig leben, ist das Menschen Pokémon möglich zu strahlen Oh Leute, ich hab doch total die Orientierung verloren gerade Okay, hier waren wir noch nicht Ah, okay Das ist ja ein Easy-Rätsel, oder? Rüber Rüber Hoch Zack Äh, TM79 Finster Aura Okay Das ist ja nur für den Rückweg hier, ne? Ah ne, achso Ups Du findest eine Schafklaue Okay Wo für der Weg hier jetzt sind Hier rüber Lass mich dich mal ansehen Du wirst noch stärker werden Du wirst vielen Pokémon begegnen Du solltest Das sollst du dir immer wieder vorsagen Dann wird dich dein Horizont stets erweitern Was? Ich findest ein Fläschchen Zink Okay, lass uns da jetzt nicht rein, oder was? Okay Da ist bestimmt ein legendäres Pokémon drin Äh, ja Dann wäre jetzt der Weg also tatsächlich hier oben weiter Geradeaus Hier wimmelt es nur so von starken Trainern Es ist der ideale Ort, um sich mit den Besten der Besten zu messen Deshalb bin ich ja auch hier Haha Drachenprofi Jürgen Mit seinem mega geilen Cape, ey Mit Stehkragen sogar Oh, das ist irgendwie süß Sieht aus wie so ein kleines Yoshi in Böse Das war irgendwie enttäuschend Ja, war doch Okay Aua Das sieht irgendwie eklig aus, ne? Wenn der so... Also Garados wird so gekrümmt, ist cool Aber wenn der so flach rumzappelt I don't know Okay Ciao, Garados Starabdor 62, Salah 64, Settel Boah Schau mal lad Tut mir ein bisschen leid Aber beim ersten Mal habe ich auch schon gut funktioniert Drachenprofi Jürgen wurde besiegt Ich mag diesen Ort Weil ich gegen starke Trainer wie dich kämpfen kann Wer sich wegdreht Gehe du dein Weg, ich folge dem meinen Hätte ich irgendwas falsch gemacht Oh mein Gott Zur Pokémon Liga Pokémon Liga, der Höhepunkt der Trainerkarriere Also Das ist das Gebäude, das wir gesehen haben mit dem Fernglas. Oha. Oh. Oh, die Weitsicht. Wir müssen aber gerade mal Plünfe aus dem Ball holen, denn ich würde ganz gerne das ganze Abenteuer jetzt hier die letzten Meter mit dem Pokémon machen. Oder erleben, dass wir auch seit... Oh nein, das ist so klein. Ich würde hier gerne mal angeln. Beim ersten Mal beißt die hier etwas an. Okay, vielleicht gibt es hier auch einfach keine Pokémon. Ah, ich wollte nicht reingehen. Okay, nee, nee, wir bleiben aber erst mal draußen. Jut, Leute, wir haben es geschafft. Die Siegesstraße liegt hinter uns. Und wir sind bei der Pokémon-Arena. Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir uns den Top 4 stellen und versuchen, Champ zu werden. Und vor allen Dingen möchte ich festhalten, dass wir vor Richard hier sind. Jut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Pokémon. Leuchtende Perle. Den Top 4 und der Pokémon-Liga. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020